Ja, jetzt kommen wir zum Sieger der heutigen Veranstaltung. Das war sehr überraschend. Und ich freue mich auch. Meine Jungs, DBS 1, die ganz Schlau! Ich freue mich. Das war der Pokal, den man behalten darf. Und das waren die Medaillen, die man auch behalten darf. Die Urkunde habt ihr auch schon, aber es kommt jetzt natürlich der Wanderpokal. Den müsst ihr nächstes Jahr wieder mitbringen, um ihn dann zu verteidigen. So, das heißt, hier haben wir noch den richtigen Pott. Das ist der Wanderpokal, der es in diesem Jahr gleich mal wird. Das ist der Wanderpokal. Also, ich wollte mich nun mal im Namen unserer Klasse bei Ihnen bedanken, Herr Büsse, für die großartige Gelegenheit, dass wir an dem Paddelturnier teilnehmen durften. Und damit würde ich sagen, ein dreifaches Hip-Hip! Hurra! Hip-Hip! Hurra! Hip-Hip! Hurra! Ja, meine Damen und Herren, das wäre es gewesen. Es hat uns wieder viel Spaß gemacht. Es war uns eine Ehre, dass so viele Leute unsere Veranstaltung offensichtlich genießen und Spaß haben. Und alle erzählen, sie kommen nächstes Jahr wieder und die Erfahrung zeigt ja, ihr kommt ja wieder. Und wir freuen uns auf das nächste Jahr, möchten uns ganz herzlich fürs Mitmachen bedanken, wünschen euch noch einen schönen Sonntagnachmittag. Trinkt noch ein Bierchen oder was Antialkoholisches und esst noch eine Wurst. Und ansonsten wünsche ich euch einen ganz wunderschönen Sonntagabend und guten Start in die neue Woche. Und tschüss, bis zum nächsten Jahr. Hau, 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 hau!